Musik So liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Es wird mal wieder Zeit, die Serie vorzusetzen. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt, allerdings nicht, weil ich keinen Bock hatte, sondern weil ich derbe Probleme mit meinem Rechner hatte. Also der Rechner an sich hat funktioniert, aber ich musste einige Einstellungen umändern dank des neuen Nvidia-Updates. Es gab ein paar Probleme mit meinem DxTory-Video-Codec, mit dem ich aufnehme. Das Spiel hat ständig gehangen, geruckelt. Ich habe nicht herausgefunden, woran es liegt. Es waren tausend kleine Feinanstellungen, die jetzt dazu geführt haben, dass das Spiel einigermaßen ruckefrei läuft. Ich wollte euch Skyrim nicht in schlechter Qualität bieten, deswegen habe ich einfach nicht weitergespielt. Ihr habt es wahrscheinlich auf YouTube gesehen, die Qualität von den ersten vier Teilen war nicht besonders gut. Das hat mich tierisch gefuchst, deswegen die ewig lange Fehlersuche. Ja, und jetzt nach ein paar Tagen endlich die Fortsetzung von Skyrim. Ich freue mich übelst, dass ich jetzt wieder weiterzocken kann. Ihr seht, es läuft einigermaßen flüssig. Das passt. Jetzt mal von den technischen Problemen zurück zum Spiel. Ich habe letztes Mal, soweit ich mich erinnern kann, mit einem Quest aufgehört. Nämlich hier Fendal und Sven. Die beiden haben ja versucht, diese... Beziehungsweise hier Fendal... Ne, wie war das jetzt? Sven. Sven war der Typ, der... Äh... Camilla zurückgewinnen will, weil Fendal mit ihr redet und rumtuchtelt und so ein Kram. Und er möchte gerne, dass ich Camilla einen gefälschten Brief von Fendal bringe, in dem Fendal über sie ablästert, bla bla bla. Ja, ich habe jetzt mehrere Optionen. Ich könnte jetzt zum Beispiel... Äh, wo ist es jetzt? Ach, mein Gott. Ich könnte jetzt Camilla entweder von... Also den Brief zeigen, oder ich könnte Fendal davon erzählen. Ich glaube, als allererstes werde ich einfach mal Fendal von dem Brief erzählen. Mal gucken, was der dazu sagt, dass der Sven versucht, ihn zu verarschen. Weil irgendwie ist das ja schon eine ziemlich linke Nummer, ne? Muss ich sagen. Ähm... Es gibt bessere Methoden, um eine Frau zurückzugewinnen. Aus dem Weg, Fremdling. Ja, komm, du Arsch. Ich bin zwei Meter an dir vorbeigelaufen, Junge. Als wenn die Straße nicht groß genug für uns beide wäre. So, wo ist denn Fendal? Ich sehe da hinten einen Pfeil. Ich gehe mal gucken. Da ist er doch. Perfekt. Dann wollen wir ihn mal anquatschen. Seid gegrüßt, Elfenbruder. Es ist schön, so weit weg von zu Hause ein vertrautes Gesicht zu sehen. Oh ja, finde ich auch. Ist ja endlich mal schön. Ähm... Könnt ihr mich in den Schießt rein? Sven wollte, dass ich Camilla diesen Brief überreiche. Und überhaupt, er wäre von euch. Was führt dieser Prahlhans jetzt im Schilde? Er glaubt also, er könne Camilla gegen mich aufbringen? Man kann den Spieß auch umdrehen. Hier, überbringt Camilla diesen Brief und sagt, er sei von Sven. Wollen wir doch mal sehen, was sie von ihm hält, wenn sie das gelesen hat. Also er dreht den Spieß jetzt einfach um und hat mir auch einen Brief gegeben für Camilla. Also habe ich jetzt zwei verlogene Briefe und kann mich quasi entscheiden, welchen ich Camilla gebe. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn der hier auch ein verlogener Hund ist, frage ich ihn jetzt einfach mal, könnt ihr mich in der Schießkunst unterrichten? Ich zeige euch, was ich weiß. Hm. Oh, kosten 300 Gold. Ich habe 500 Gold. Nee, das werde ich jetzt, ähm, definitiv nicht tun. Auf Wiedersehen. Ja, mach's gut. Schwenke den Hut. So. Jetzt kann ich Camilla von dem ganzen Kram erzählen, den ich hier herausgefunden habe. Oder ich gebe ihr einfach irgendeinen Brief. So. Sie scheint hier im Flusswald-Handelskontor zu arbeiten. Ähm. Ach ja, stimmt, mit denen hatte ich ja schon geredet, ne? Genau. Das war ja die Geschichte mit der goldenen Klaue. Das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Tut mir leid, für euch ist das jetzt nur ein Videoclick. Aber für mich... Ich habe einen Brief für euch von Sven. Ach ja, komm, lass mich mal in Ruhe hier. Ich habe einen Brief für euch von Sven. Entweder sage ich ja das, oder Fennell hat mich gebeten, euch diesen Brief zu geben und zu sagen, er sei von Sven. Hm. Das ist die Frage. Ich werde, glaube ich, die Wahrheit einfach erzählen. Wovon redet ihr da? Dieser eifersüchtige Idiot. Hat er gedacht, er könnte mich so manipulieren, dass ich Sven nie wiedersehen will? Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Ihr solltet mit Sven reden. Sicher möchte auch er euch danken, dass ihr seinen Namen verteidigt habt. Oh. Viel Glück. Es scheint anscheinend Sven der einzig gute, richtig nette, charmanter Mensch zu sein. In ihren Augen. Ähm. Na gut, also ich muss jetzt mit Sven reden. Und dann ist der Quest anscheinend abgeschlossen. War vielleicht nicht die beste Idee, jetzt zu erzählen, dass das Fendal der einzige war, der lügen will. Weil im Prinzip war ja Fendal der, der, ach, Sven war ja der, der angefangen hat mit dem ganzen Kram hier. Ihr solltet einmal in den schlafenden Riesen kommen, um mich spielen zu hören. Für eine geringe Summe dürft ihr euch sogar das Lied aussuchen. Nee, keine Interesse, danke. Ich glaube nicht, dass Camilla weiterhin ihre Zeit mit Fendal verbringen wird. Das wollte ich hören. Gut gemacht. Ich finde, ihr habt etwas Gold von meinen Trinkgeldern in der Taverne verdient. Na gut, jetzt habe ich anscheinend an Gefolgen. Da kann ich mir jetzt sagen, folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Und ich kann, äh, ihn fragen, wo es frische Vorregel gibt. Luka, ein Pluswald-Handelskontor hat von allem etwas. Wenn ihr Waffen oder Rüstung braucht, sucht den Schmied Alvor auf. Danke für den Tipp. Aber deine Hilfe brauche ich jetzt erstmal nicht. Schickes Haus, was du da? Wunderschön. Gut, dann würde ich sagen, da wir diesen Quest jetzt abgeschlossen haben, machen wir das mal auf der Suche, auf die Suche nach der goldenen Klaue. Deswegen die goldene Klaue. So. Oh, das Wetter wird ziemlich scheiße, wie es aussieht. Wo muss ich denn hin? Hier rüber. Da hinten ist das, ach, das ist wahrscheinlich da oben, diese Ruine auf dem Berg, wo ich hin muss. Ja, sieht ganz so aus. Werde ich mich mal da hinbegeben. Ich werde abgetrieben. So, Leute, ich bin mal gespannt, wie die Qualität des Videos auf YouTube sein wird. Ich habe vor ein paar Stunden versucht, Battlefield 4 Preview hochzuladen in guter Qualität. Ich habe meine Schwierigkeiten. Auf dem Rechner von mir sieht das Video ultra pervers aus. Tatsächlich genauso wie in Game. Nämlich in Grafikeinstellung Ultra. Bei YouTube allerdings ist die Qualität dann ein bisschen verloren gegangen. Ich weiß nicht, wie die ganzen Leute das machen, dass sie ihr Video Qualitäts- oder Verlust-Arm hochladen. Hochladen. Oh, 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 oh. Jetzt erstmal schnell eine Nahkampfwaffe ausrüsten. Und mal schnell einen neuen Speicherpunkt anlegen. Falls ich jetzt hier krepiere. Okay, ich bin schon fast am Sterben. Ich muss mir jetzt schnell der kleinen Heilung. So. Das hätte ich geschafft. War, ja, ziemlich knapp, muss ich sagen. Warum zum Teufel haben die mich jetzt angegriffen? Totenbeschwörer-Novize. Nun gut, da gibt es eine schöne Robe. Die ist 55 wert und bei einem Gewicht ist das ein ziemlich gutes Verhältnis. Die Stiefel nehme ich jetzt nicht mit. Oh, guck mal, eine nackte Frau. In einem Videospiel. Dass das in Deutschland nicht verboten ist. Ja, okay, ganz nackt ist sie jetzt auch nicht. Gut, das hätte ich überlebt. Direkt nochmal drüber speichern. Falls ich jetzt gleich krepiere. Das ist immer das Wichtigste. Und auf geht's weiter zu dem, zu der Festung oben, wo die goldene Klaue versteckt ist. So, und jetzt zeige ich euch mal den Trick, den ich normalerweise immer anwende, womit ich so ziemlich alle Feinde töten kann, die mir über den Weg laufen, ohne selbst Schaden zu bekommen. Nichts so wie gerade mit diesen beiden komischen Zauberfritzen da. Die haben mir schon ziemlich viel Schaden zugefügt. So viel zum Thema unentdeckt. Normalerweise mache ich es nämlich so, dass ich mich anschleiche mit meinem Bogen. Und, äh... So, jetzt schnell da rüber. Der gehört auch der Vergangenheit an. So, ich würde sagen, ich habe mich gar nicht so schlecht geschlagen. Ähm, das Gold nehme ich mit. Das Schild nehme ich mit, wenn ich noch Platz dafür habe. Bei ihr nehme ich das Gold und die Eisenpfeile mit. Langen Bogen habe ich ja selber noch. Und was hat der Fritze hier vorne noch Schönes dabei? Gold und ein Granatstein. Perfekt. So. Dann werde ich mal gucken, was es hier noch Schönes zum Mitnehmen gibt, oben auf dem Turm. Hier ist nix. Na, ich spiele, wenn ich nicht kämpfen muss, gerne in der Außenperspektive. Das ist, äh... Third Person ist... Hier gibt es nix mehr. Hm. Aber hier oben bestimmt. Ja, perfekt. Eine Truhe. Wunderbar. Dann bin ich immer wieder perfekt ausgerüstet. Schnell wieder speichern. Nach jedem Kampf immer mal wieder einen neuen Speicherpunkt anlegen. Man weiß ja nie, was so passiert, ne? Ich habe keinen Bock, hier tausend Kämpfe nochmal wiederholen zu müssen. Nur weil ich zu blöd war, zu speichern. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. So. Also ich finde die Grafikqualität von dem Spiel ziemlich geil. Vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, dass ich von hier aus das Schloss da oben auf dem Berg sehe, was ein paar Kilometer entfernt ist, ist schon nicht schlecht. Es war jetzt nicht Battlefield 4, aber es ist, äh... Ja, doch schon ziemlich gut und ziemlich schön anzusehen. So. Und jetzt wollen wir mal den Langbogen ausrüsten. Was haben wir entdeckt? Ölsturzhügelgrab. Mein Gott. Wer denkt sich solche Namen aus? Hier sind nämlich hundertprozentig Gegner, da sehe ich schon den ersten. Und diese bekämpft man am besten aus der Entfernung, ohne dabei gesehen zu werden. Weil sich nämlich dann... Die Fallen am besten bekämpfen lassen und man selbst kaum Schaden bekommt. Ich bekomme nämlich beim Schleichen doppelten Angriffsschaden. Und wenn ich meine Bogenskills hoch genug habe, bekomme ich sogar vierfachen Bogenschaden oder so. Sollte sie vielleicht auch treffen. Hm. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das noch irgendwie zu Ende führen kann, ohne verletzt zu werden. Da kommt sie die Treppe runter. Na gut, okay. Das mit dem Unentdeckt und mit dem Schleichen hat das gerade nicht so wirklich funktioniert. Oh. Scheiße. Schnell durchsuchen, bevor ich weiterziehe, damit ich die Leiche gleich nicht aus Versehen aus den Augen verliere. Und jetzt schön den Pfeilen ausweichen. Na los, na los, na los. Jetzt bringen wir es zu Ende. Klark. Tot. Gold, Eisenpfeil. Oh, und ein Jagdbogen. Der ist besser als meiner. Den nehme ich mal direkt mit. Aber da schießt noch irgendwas auf mich. Oh, oh. Dann sollte ich vielleicht schnell... ...auch meinen Bogen ausrüsten. Jagdbogen diesmal. Sehr gut. Da hat er direkt mehr Schaden. Aber ich treffe ihn leider nicht mehr. Oh, jetzt treffe ich ihn. Und tot, mein Freund. Oh, ich treffe ihn nicht. Scheiße, 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 scheiße. Er holt sich wieder. Na komm. Noch ein verdammter Schuss. Bleib stehen. Na gut, dann hilft ja auch nichts mehr. Dann muss ich ein bisschen näher ran. Was hoffe, jetzt sterbe ich noch, weil er gar kein Leben hat. Ey, das gibt's doch nicht. Na also. So, Gold, Eisenpfeil, Langbogen, dass ich da den Dietrich nehme ich noch mit. Perfekt! Direkt mal wieder einen Speicherpunkt anlegen. Und dann, ähm, können wir ja anscheinend schon... Ne, ich will nicht warten. Ich will meinen Bogen wegstecken. Falsche Taste. Hier in dieses Grab können wir jetzt rein. Das heißt, wir werden jetzt die goldene Klaue suchen. So, da sind schon die ersten Gegner. Ich werde jetzt versuchen, diese auch aus der Entfernung umzubringen. Scheiße. Da seht ihr den doppelten Schleichschaden. Der kann ziemlich viel bringen. Und jetzt schnell die Waffe wechseln. Okay, der erste Tod und jetzt den Bandit dann noch. Oder die Banditin, Entschuldigung. Ich will mal schon den Fallen ausweichen und zack! Niedergemetzelt. Wir haben alle keine Chance gegen mich. Lergbogen nehme ich nicht mit. Ich finde bestimmt gleich noch ziemlich viele coole Sachen. Muss mich dann entscheiden, was ich zurücklasse. Das Gold nehme ich mit und ne. Aber hier die Skäber immer durchsuchen. Das kann sein... Oh, das habe ich mir aus Versehen hier. Das lebe ich direkt wieder zurück. Wo war das? Bei Zutaten, glaube ich, ja. Ja, ablegen. In Skäbern kann es sein, dass man wie heißt das, mal Diamanten oder so einen Scheiß findet. Durchaus. Sieht ihr, da war Gold im Skäber drin. Sollte man nicht außer Acht lassen. Die Skäber-Schwänze sind jetzt nicht so wertvoll und... Ah, da. Silber den Granatring. Die fressen ziemlich viel Scheiße, die Viecher. Keine Ahnung, wie die sich davon ernähren können. Und hier liegt noch ein Bandit mit Gold. Den habe ich aber nicht umgebracht. Der lag da schon vorher. Gut. Und hier ist noch ein Skäber. Mein Gott. Noch einer. Und eine Truhe. Die muss ich aufbrechen. Perfekt. Neh, nehm ich den mit? Ne. Ich brauche ja keine Rüstungen. Ich mache ja immer alles mit meiner leichten Rüstung. So. Aber jetzt nehme ich mir wieder meinen Bogen in die Hand. Speicher kurz. So. Gold. Nehmen wir mit. Und das haben wir hier. Leer und leer. Das ist auch ziemlich clever gelöst. Dass man nicht, dass man von außen sehen kann, dass es leer ist. Das war ein bisschen unrealistisch, aber ist gut, dass man nicht immer alles durchsuchen muss. Das ist nämlich immer ziemlich zeitintensiv. Okay, hier rieselt irgendwas von der Decke. Ist aber eine Sackgasse. Da wollen wir nicht hin. Da gibt es nichts. Gehen wir mal hier weiter. Ich bin echt froh, dass das Spiel jetzt mittlerweile ruckelfrei läuft. Es gibt nichts nervigeres als ein ruckelndes Spiel. Das Problem war nämlich, ich konnte während des Spiels nicht sehen, ob es ruckelt. Es hat nämlich in der Aufnahme geruckelt wegen diesem falschen Codec. Das heißt, rein theoretisch könnte es jetzt sogar sein, dass das Spiel gerade ruckelt. Aber ich habe ein paar Testaufnahmen gemacht und bis dahin lief alles ziemlich gut mit der neuen Codierungsgeschichte. Ich lasse das Ganze jetzt in AVI aufnehmen mit einem speziellen Codec. Okay. Jetzt schnell die Waffe wechseln. Und stirb. Fahrt. Keine Schlitte hat er. Fackel, Gold und einen Eisenpfeil. Das war der, den ich auf ihn geschossen habe. Schön, dass er mir den zurückgibt. Direkt wieder in geduckte Stellung zurückgehen. So. Willkommen beim ersten Minigame von Skyrim. Das ist quasi ein kleines Rätsel, um sich die Zeit zu vertreiben beziehungsweise um hier durch die Dungeons weiterzukommen. Wirklichen Sinn haben die jetzt aber nicht. Die sind ziemlich einfach. Obwohl ich beim ersten Mal doch nicht so genau wusste, was ich machen sollte. Aber eigentlich ist es echt simpel. Wir sehen hier oben drei Symbole. Das eine ist runtergefallen. Das ist eine Schlange. Also Schlange, Schlange, Fisch. Und hier haben wir drei bewegbare Symbole. Also müssen wir da einfach auch die Symbole eingeben, die wir oben sehen. Schlange, Schlange und Fisch. Und wenn wir jetzt den Hebel umlegen, geht die Tür auf.